Und da sind wir wieder! Deswegen hab ich wieder Muni. Und Schrotflinten-Muni auch. Ja. Ähm, wer? Schnurrt hier? Oder was muss Elli? Wieder unten. Immer noch. Kommst du da nicht weiter? Ach nee, jetzt musst du... Jetzt muss ich was! Ich weiß es doch nicht. Vielleicht komm ich ja mit einer anderen Waffe durch die Tür. Ach, kann die Tee-Party nicht mal leiser veranstalten? Oh, hier ist was zu ziehen. Dieses Spiel ist total falsch für mich, weil ich an jedem Hebel ziehe. Irgendwann ziehst du an einem Hebel und dann kommen sie alle. Ja. Und das ist genau das falsche Spiel für mich. Hallo? Hallo? Es ist so schruig. Zu ruhig. Er ist so schruig. Hör auf, wegen so einer Hase zu gucken! Ich schieße auf dich. Ich schieße auf dich. Wieso probierst du es denn? Das ist eine gute Frage. Kommt die auch wieder hoch? Bestimmt. Wahrscheinlich nicht. Weiß ich doch nicht. Auf einmal sitzt du hinten vor mir. Es war ein Fuß. Ja, okay. Er ist ein Fuß, dann ein Hintern. Ihr seid Freunde. Ja! Das ist keiner. Wartet keiner um die Ecke, um mich. Ja, das wärs. Sie warten nur an der Ecke auf mich, um mich um die Ecke zu bringen. Ja, natürlich. Zieh dich so hoch. Komm her, Liebling. Lass uns knüpfen. Die ganze Nacht. Nein, besser nicht. Schön schubst du sie. Schön, wie du seitlich sie schubst. Wer schnurzt da weiter? Wer schnurzt da weiter? Runter. Okay, das war Alex. Warum haben wir keine Karte hier gefunden? Weil ihr spontan hier runter gegangen seid. Super. Drei Weg. Welchen dürfen wir gehen? Ich weiß es nicht. Da war Licht. Nicht. Da ist Licht, da ist beides kein Licht. Ja. Das muss nix heißen. Und ich höre wieder wen. Warte mal, wir laden. Warte mal, wir laden. Wurdest erleuchtet. Wir laden nach. Sag mir nicht. Das sieht aus wie so ein Kampfplatz. Weiß ich nicht. Möglich. Du hast das Spiel doch geguckt. Ja, weißt du wie lange das her ist? Ich hab's noch nie gesehen. Ja. Kann ich auch. Ja. Kann ich auch. Ja, konnte ich noch. Guck, wie schön das auf einmal geht. Ja. Wie gesagt. Andere Leute haben uns gesehen, ja. Außer. Du willst mich wieder ärgern. Sie will mich wieder ärgern. Ja. Hast du sie eigentlich noch alle mitten? Und ich einfach... Nein, ich hab dich doch richtig gehört. Das erwischt. Du fängst die Kugeln ab. Ja. Du tötest mich. Sag ich doch. Komm. Du bist weit. Wie geht? Mehr Kanalisation. Wir gehen auf jeden Fall den Weg nicht mehr. Musst du aber. Musst... Müssen wir nicht. Dann weiß ich wie die anderen Wege aussehen. Drei Versuche... Zwei andere Versuche haben wir noch. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe wen gehört. Oder es war einfach nur ich, der ausgewürgt wurde. der ausgespuckt wurde. Aber Elli will mich echt verarschen. Und Alex, du darfst rennen. Warum machst du das nun? Wer? Alex, ich drück die Tasse zum Rennen. Und er macht es nicht. Super. Das ist eine Sackgasse. Und hier. Da sehen wir so nach einem großen Nichts aus. Super toll. Gut gemacht, Elli. Ich kann alles auf sie schieben. Ja. Immer auf sie drauf. Diesmal bleibst du hier. Ehe das Albert Kind weg ist. Wo ist das Albert Kind? Komm her. Sei lieb. Wo ist Alberts Sohn? Oder Tochter. Jetzt will er natürlich nicht kommen. Nee, der kommt ja gleich, wenn du Elliows bist. Ist klar. Betraut dich nicht, wenn wir zu zweit sind. Richtig. Weil er ja alleine ist. Richtig. Wow. Mittlerweile bin ich echt gut darin. Im Tor öffnen. Ja, ist doch gut. Was? So, bitte jetzt mal meine Kugel nicht mehr abfangen. Dann musst du von der Seite anreifen. An der Seite ist er nicht geschützt. Ja. Komm Albert Kind, wo bist du? Ich höre dich, aber es ist ja nicht. Oh, da. Willst du wieder schön an der Decke sterben? Och nö, er hat einen Freund mitgebracht. Ja, und sogar zwei Freunde. Du darfst schießen, wenn ich schießen will. Ja. Erstochen. Danke. Und was dann einfach abhaust? Geht ja nicht. Wo soll ich hin? Ja. Irgendwo dahin, wo sie das Tor öffnet. Ich weiß noch nicht, wo sie das öffnet. Es gibt ja kein anderes Tor. Sie versucht DAS Tor zu öffnen. Es gibt kein anderes Tor. Okay. Wahrscheinlich lässt es sich erst öffnen in deinem Tor. Wenn ich sie besiegt habe. Wie gesagt, du musst von der Seite angreifen. An der Seite sind sie ungeschützt. Schrempe. Elli. Das macht weh. Das macht weh. Hast du es nicht gehört gehabt? Doch, doch, aber... Und ich habe hier keinen anderen Rums drauf geschrieben. Ja. Irgendwas stimmt mit dieser Scheiße hier. Mit diesem Scheiß-Controller. Schön, wie du dich mal wieder zurückdrehst. Ja, danke auch. Ja. Wo bist du, mein Liebling? Da. Ähm... Du willst mich wieder erstechen. Warum auch immer ich das da nicht schaffe. Keine Ahnung. Ich hasse diese Viecher. Warum sind sie lernfähig? Jeder ist lernfähig. Ja, nur ich. Nur Alex nicht. Ich wollte gerade was sagen. Nur Alex nicht. Der ist nicht lernfähig. A. B. C. W. F. Gaah. Und spielt wer? Ja, die ganze Zeit schon. Ich hör es jetzt erst. achen. Das ist einfach block... Das ist keine quer. Das ist quer. Das ist quer. Klingt aber so tief. Das ist Block. Das ist quer. Ein block besitzt keiner von denen. Das stimmt. Das ist quer. Glaub mir. Man könnte es auch für Alt halten. Nein, jetzt geht es tiefer. Ich weiß. Aber man könnte es auch für hohe Töne von Alt halten. Viel Spaß. Wäre ich? Nein, ich meinte bei Alt-Block-Führte da hohe Töne rauszukriegen. Ja. Ich glaube, wir beenden gleich. Oh, du hast noch 4,5 Minuten. Die musst du noch durch. Aua! Ich schaff diese Scheiße nie. Ich werde mich für dieses Spiel quälen. Selbst schuld. Du wolltest es. Das war nur eine Idee von mir. Warum leuchtete es da denn schon rot? Ich habe sie nur genommen und es leuchtete da schon rot. Nein, die ist übrigens nicht gelangen. Jetzt schon. Oh, und das wird mich wieder umbringen. Vielleicht drückst du auch nicht schlecken. Das kann mich mal. Das kann mich mal am Arm schlecken. Nein, das kannst du nicht. Das kannst du schlecht. Du musst nicht den Boden anschließen. Komm, du hast einen erledigt. Und zwei erledigen mich. Nein, es war nur einer. Nein, da stehen doch alle. Der guckt schön zu. Ich wollte gerade sagen, der guckt nur. Wir beenden. Wir beenden. Du hast nur dreieinhalb Minuten. Hallo. Nach oben. Ich sag doch, dass die Scheiße spinnt. Weil ich schwitze wie blöd. Weil du dich so aufregst. Ja. Nein, das ist überhaupt nicht zum Aufregen. Wie kommst du da rauf? Wie komm ich da rauf? Das ist eine gute Frage. Wie kommst du nur da rauf? Ja. Da sind die sexy Hintern. Hallo. Dein Schreikommando. Genau, mein Schreikommando. Boah, ich hasse dich Alex. Fick dich. Gut, dass ich keine Facecam habe. Müssen wir mal einführen. Besser nicht. Doch. Mich wird auch eh kein Schwein sehen. Oh nein. Jetzt hast du es erstmal das Schlimmste überstanden. Jetzt kommt das nächste Schlimmste. Ach nö. Das ist noch kein Feinismus. Okay, wir sagen dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bye.